Mit etwas sehr Interaktivem weitermachen. Und zwar bräuchte ich jetzt einen Helfer, da bin ich jetzt ein Fan. Und dann würde ich gerne bitten, den Herrn Ma und die Frau Weber-Löwe, mir zu helfen. Der Herr Weiß hält hier auf der Leute. Ist das jetzt ein bisschen spannend? Von dieser Seite. Einfach nur halten? Ne, ne. Wir haben zwei Scheren und jetzt ist die Frage vor, immer zwei Leute teilen sich eine Schere. Aber das ist jetzt das Band unserer Freundschaft. Und eins, zwei, drei. Ich bitte um Ihr Verständnis, dass ich kein Deutsch kann. Ich muss auf seine Hilfe stütze. Ich bitte um meine Damen und Herren. Guten Tag. Als erstes möchte ich im Namen der mehr als 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von China Radio International Ihnen herzlich willkommen, herzlich willkommen. Heute ist ein besonderer Tag. Heute wird der CE-Klub hier gegründet. Unsere Intendant, Herr Wangenjern, hat für diesen Anlass ein Glückwunschreiben mir gegeben. In seinem Auftrag darf ich Ihnen jetzt sein Schreiben vortragen. Heute ist es so weit. Der erste Klub von Radio China International im deutschsprachigen Raum wird gegründet. Anlässlich der Gründungsfeier gestatten Sie mir bitte im Namen von Radio China International und auch in meinem persönlichen Namen Ihnen allen ganz herzlich zu gratulieren und herzliche Glückwünsche auszusprechen. Die Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik-Klinik. Radio China International, kurz CEI, wurde am 3. Dezember 1941 gegründet und ist der einzige staatliche Ausland rundfunk der Volksrepublik China. Das Motto von CRI ist es, die Welt über China, China über die Welt und die Welt über die Welt zu informieren und dabei gleichzeitig das Verständnis und die Freundschaft zwischen der chinesischen Bevölkerung und den Menschen in aller Welt zu verdienen. Wir haben heute 59 verschiedene Sprachen, die mit dem ganzen Welt zu verabschieden und die Welt über die Welt zu verabschieden. Gegenwärtig schreibt CRI in 59 Sprachen via Rundfunk und Internet in aller Welt aus. Die andere Sprache der deutschen Sprache wurde im Jahr 1960 ausgestattet. Das deutschsprachige Programm von CRI nahm 1960 den Länderbetrieb auf. In den letzten Jahren seitdem der drei Jahre lang, die unsere deutschen Sprache über die Welt zu verabschieden, die jede Menge Leute auf die Welt zu verabschieden. Etwa die deutschen Sprache der deutschen Sprache über die deutsche Sprache über die deutsche Sprache über die Welt zu verabschieden. In den vergangenen fast 50 Jahren konnte das Programm immer mehr Hörer hinzugewinnen. Die Zahl der Hörerbriefe, der Besucher der deutschsprachigen Webseite und des deutschsprachigen Online-Forums hat ständig zugenommen. Ich bin froh, dass ich mich sehr glücklich war. Der CIE-Club in Deutschsprachigen Raum wurde freiwillig von Radio und Internet Freunden organisiert. Über die Gründung dieses Clubs freue ich mich besonders. Ich bin froh, dass ich mich persönlich persönlich nicht persönlich mit der Kartei-Club in Deutschsprachigen. Aber wir haben sich mit der Kartei-Club in Deutschland anwesend. Ich bin froh, dass wir die Kartei-Club in der 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 Kartei-Club. Bedauerlicherweise kann ich aber aus terminlichen Gründen nicht persönlich bei der Gründungsfeier dabei sein. Doch eine CRI-Delegation ist speziell für die Teilnahme an dieser Feier nach Deutschland gereist. Damit möchten wir zum einen unsere Unterstützung des Sörer-Clubs zum Ausdruck bringen. ...